Und wo wir beim Thema Anrede sind, es gehört sich, Pastoren mit ihrem Titel anzusprechen. Und das ist hier mit der wichtigste Punkt in dieser Predigt. Es gehört sich, Pastoren mit ihrem Titel anzusprechen. Das heißt nicht Anderson, sondern Pastor Anderson. Pastor Steven Anderson, Pastor Jimenez, Pastor Mejia. Nicht einfach der Anderson. Und das ist ein Thema, das ich langsam mal ansprechen muss in einer Predigt, habe ich das Gefühl. Weil das irgendwie immer wieder aufploppt. Das kommt immer wieder auf, dieses Thema. Auch bei uns kommt es immer wieder auf, dieses Thema, nicht wahr? Und wenn jemand andauernd sagt, der Anderson. Was ist das? Erstens, was ist falsch mit dir? Hast du so wenig Respekt vor einem Pastor? Hast du so wenig Respekt vor einem geistlichen Amt? Hast du so wenig Respekt vor dem, der dich gerettet hat vielleicht sogar? Das ist unfassbar. Ich meine, würdest du in deinem alltäglichen Leben einfach so andere mit Nachnamen ansprechen? Hey, Schmitz, würdest du so deinen Chef ansprechen? Aber wenn es dann um Pastoren geht, ist es auf einmal der Anderson. Steven Anderson. Das ist so, Entschuldigung, Verzeihung. Das ist so respektlos. Das ist unfassbar. Aber es kommt immer wieder auf, dieses Thema. Und lasst es mich euch einfach verraten. Wenn jemand andauernd, der Anderson sagt, nicht seinen Titel nennen kann, dann ist das falsch mit demjenigen. Das ist ein Warnsignal. Und du denkst, okay, aber hey, mit mir ist nichts falsch. Ich habe einfach nur, keine Ahnung, irgendwie damit zu kämpfen, weil es mir egal ist, was deine Ausrede ist. Es ist mir wirklich egal. Du musst das verbannen aus deinem Leben. Du musst daran arbeiten. Du musst es endlich lernen, Pastoren mit ihrem Titel anzusprechen. Deine Ausrede ist mir sowas von egal. Geht mir an meinem Hintern vorbei. Pastoren werden mit Pastor angesprochen. Ausschließlich Pastor Anderson, Pastor Steven Anderson oder welcher Pastor auch immer. Spielt keine Rolle. Das ist ein Warnsignal, wenn jemand andauernd, der Anderson sagt. Ich meine, wir hatten beispielsweise einen bei uns, der hat uns verlassen, weil er dann auf einmal geglaubt hat, dass es mindestens, wie hat es sich ausgedrückt? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber mindestens zwei Evangelien gibt. Hat an diesen Hyperdispensationalismus geglaubt, dass es mehrere Evangelien gibt. Verderbliche Irrlehre. Was hat derjenige wohl gemacht? Der Anderson, der Anderson, der Anderson. Konnte nie Pastor sagen. Anderes Beispiel von jemandem, der nie Pastor gesagt hat. Das war jemand, ich will gar nicht den Namen nennen, weil diese Leute es nicht wert sind, genannt zu werden. Diese Leute sind wertlos. Anderer, der uns verlassen hat, Gott sei Dank. Oder der, der verlassen wurde, besser gesagt. Der es abgelehnt hat, den Namen des Herrn anzurufen, um gerettet zu werden. Auch Irrlehre. Die Bibel sagt, dass wir den Namen des Herrn anrufen müssen, um gerettet zu werden. Was hat der gemacht? Der meinte wortwörtlich, dass diese Anrede mit Pastor allein von der Person Anderson stamme. Das ist, was er meinte. Das stammt allein von der Person Anderson. Oh, wirklich? Also es gibt diese Haltung, ja, zeigen wir das doch in der Bibel, wo das steht, dass wir Pastoren mit Pastor anreden dürfen. Was für ein Schwachsinn. Ich meine, ich muss nicht alles eins zu eins in der Bibel finden. Denn vieles ist auch ganz einfach kulturell bedingt. Ich meine, in verschiedenen Kulturen wird Ehre, Achtung, Ehrerbietung verschieden wahrgenommen. Nicht wahr? Ich meine, wenn ich in einer asiatischen Kultur jemandem Ehre entgegenbringen möchte, dann muss ich das auf andere Art und Weise tun als in Europa. Schon mal darüber nachgedacht? Ohne, dass das in der Bibel steht. Sollen wir trotzdem jedermann achten? Ja, aber dann müssen wir jemanden in einer asiatischen Kultur auf andere Art und Weise achten. Aber das ist wirklich ein Warnsignal, wenn jemand nicht Pastor sagen kann. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Damit drückt derjenige aus, dass er Pastoren, dass er Leute, die im geistlichen Amt sind, nicht achtet. Und hier ist das Ding. Irrlehrer, heißt es im Judasbrief, verachten die Herrschaft. Und lästern Mächte. Und du kannst sagen, ja, aber im Kontext geht es da, heißt es ja, sogar der Erzengel Michael, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Mose verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach der Herr strafe dich. Da geht es ja um viel höhere Mächte. Ja, aber hier ist das Ding. Wenn sie sogar geistliche Mächte verachten, Irrlehrer, wie viel mehr werden sie einen einfachen Pastor verachten? Wovon das jetzt voll ist, davon redet der Mund. Das ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Und ich muss es einfach ansprechen in dieser Predigt. Und das war mit die Hauptmotivation, überhaupt diese Predigt zu halten. Irgendwann muss es angesprochen werden. Es kommt einfach zu oft auf dieses Thema. Und lass es mich dir klar und deutlich sagen, ich habe es satt, wenn Pastoren nicht als Pastor angesprochen werden. Es ist Schluss damit. Schluss, einfach einmal. Was hast du für eine Haltung? Du fürchtest Gott nicht. Offensichtlich. Zeige mir das doch in der Bibel. Okay, 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 17. Ihr schlagt 1. Thessalonicher auf. Ihr schlagt 1. Thessalonicher auf. Kapitel 5. Ich lese vor aus 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Die Ältesten, Ältester, Pastor, Aufseher, das sind übrigens alles Synonyme. Die Ältesten, also Pastoren, könnte man sagen, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Sie sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Aber besonders konkret oder besser zutreffend ist 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 12. Da heißt es, Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Also wir sollen diejenigen anerkennen, die an uns arbeiten und uns im Herrn vorstehen und uns zurechtweiten. Dein Pastor steht dir vor. Dein Pastor hat etwas zu sagen in deinem Leben. Deinen Pastor solltest du dementsprechend ehren. Und in unserem Kulturkreis gehört es dazu, jemanden mit Titel anzusprechen. Ob das Professor ist oder Pastor oder was auch immer, es gehört dazu. Was ist so komisch daran? Aber wo steht das hier, dass ich meinen Pastor Pastor nennen soll? Du rebellisches kleines Kind, du hast offensichtlich deinen Hintern noch nicht abgewaschen. Du gehörst offensichtlich zu diesem Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen, aber von seinem Kot nicht gewaschen ist. Was soll dieser Schwachsinn? Wir sollen sie umso mehr in Liebe achten, umso mehr in Liebe achten, um ihres Werkes willen. Dazu gehört es, einen Pastor mit Pastor anzusprechen und nicht einfach der Indersein. Lebt im Frieden miteinander. Siehst du, wir wollen Frieden halten letzten Endes. Und nichts ist besser, um für Unfrieden zu sorgen, als jemandem keine entsprechende angebrachte Achtung, keine Ehre entgegenzubringen. Ich bin Frieden.